Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands in einer frischen Aufnahme. Wir machen uns... Naja, so frisch ist sie jetzt auch wieder nicht, aber ja, je nachdem wann ihr eben die Folgen seht. Wir machen uns direkt auf den Weg zur nächsten Mission. Hatten wir eine Nebenmission gestartet oder eine Hauptmission? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wir haben hier irgendeine Mission am Start. Ich hüpfe mal ganz filigran zu dir herunter, was auch immer du da machst. Wir könnten uns noch mal... Ich habe mir ein Auto geholt. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich habe mir letztes Mal... Genau, ich glaube wir müssen hier das Gebiet wechseln. Okay. Zu West Commons East, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, dann werden wir das einfach mal sehen. Das ist schön in diesem Spiel. Wir nehmen halt einmal die Woche auf, mehr oder weniger, und man weiß einfach nach dieser Woche nicht mehr, was man getan hat meistens. Ach Mensch, Deck, jetzt ist das Mysterium gelüftet. Genau, gelöst. So. Jetzt ist die Magie zerstört. Die Zuschauer haben doch gedacht, wir spielen das ganze Spiel am Stück. Naja, dass wir so leichte Konserven hier machen, ist glaube ich auch kein Wunder. Also von daher... Naja. So leicht konservierte Aufnahmen gibt es hier schon jedes Mal. Moment, über welche Gegend? Das sollte ich nicht rüberfahren. Äh, die Königen davon. Die einfachen gehen, aber da gibt es so Königen von. Und wenn du darüber fährst, dann ist erstmal das halbe Leben vom Auto weg. Na, wenn du das sagst, dann überfahre ich nur die Kleinen. Also wie echt eben. Also alles... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Irgendwas kriegt die, glaube ich, gerade rum, aber... Ah, okay, wir sind falsch abgebogen. Wir müssen zurück. War das gerade eine Katze? Hast du eine Katze überfahren? Das hört sich an wie eine Katze. Ich war das nicht. Das hat gemiaut. Okay, jetzt sind die Schnecken. Okay, halb so wild. Ich dachte, du hast die Katze überfahren. Warte. War nur ein Mensch. So. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe da was gesehen. Den habe ich gekriegt, ja. Der war zu langsam. Ach, Jack. Bloß keine Tiere überfahren. Einherz zu virtuellen Tiere, aber keine Menschen. Hättest du mal bei den Fahrstunden besser aufgepasst? Äh, was? Ich bin ein super Fahrer. Kannst jeden fragen, der mich vor die Reifen gekommen ist. Die werden das auf jeden Fall bezeugen können. Ja, auf jeden Fall. Ach, schön. Okay. Äh, wo müssen wir jetzt hier hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich mache hier auf jeden Fall gerade... Wow. Ich lege auf den Rücken. Zamba, Zamba. Wow. Ich bin wieder in die falsche Richtung gefahren. Äh, da, wo du bist, müssen wir links abbiegen. Das ist schön. Also nicht hinter mir her, sondern hier irgendwo links. Claptrap. Ich sagte gerade, nicht hinter mir her. Schön. Entschuldigung. Das ist einfach nur schön. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ja, auf jeden Fall, ja. Lass den doch so stehen. Hm, hatte ich vor. Das ist, äh... Hat doch was. Genau das Richtige. Warte mal. So, jetzt habe ich ihn ganz auf den Rücken geschmissen. Wow. Äh, hallo, ich möchte... Ja, das... Das sieht gut aus. Ich möchte das Auto nur drehen. Ah, jetzt... Das scheint zu funktionieren. Oh. Wow. Ja, das Spiel wollte mal wieder nichts wie ich wollte. Wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt überhaupt nicht mitgekriegt, was der Claptrap berichtet hat. Ich halte will, ist egal. Bei mir hat er nichts gesagt, also war es nicht wichtig. So. Ja, okay. Hier vorne sind wir, glaube ich, im Rücken jetzt. So kann man das natürlich auch sehen. Ja, ich bin der Host, also bei mir... Dein Spiel richtet sich nach mir, weißt du. Kaum überheblich, nein. Wow. Ich habe gerade irgendwelche Pflanzen... Das ist manchmal echt total verwirrend hier. Okay, aber wir haben übrigens einen Nitro-Antrieb, einen Turbo. Nein, du hast ihn jetzt auch gefunden. Ja, also schon vor ein paar Folgen, aber schon seit einigen Folgen. Eigentlich seitdem wir die Fahrzeuge haben. Wir müssen jetzt ernsthaft hier wieder zu Fuß laufen, ist doch scheiße. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da passe ich durch. Pass auf. Ja, auf jeden Fall passt man da durch. Hat funktioniert. Sitzt. Würde mich jetzt schwer wundern, warte mal. Also sage ich nur das hier. Danke. Danke. So, ob der sich doch regeneriert? Ich weiß es ja nicht. So, die Frage ist, was sollen wir hier machen? Irgendwie ist Hackfleisch sammeln? Also irgendwelche Konser... Wieso, ist er explodiert? Nee, noch nicht. Schade. Okay, gut. Nein, die regenerieren sich ja. Wobei mir vorhin aufgefallen ist, dass die Waffe mit Autos tatsächlich kurz einen Prozess macht. So, hier können wir was aktivieren. Ah, jetzt können wir, glaube ich, durchfahren. Auf zum Automobil! Auf zum Atom! Oh, da ist eine Königin. Da ist eine Königin. Hm, gut, dass dein Auto noch lebt. Ich würde mich jetzt ansonsten schlecht fühlen. Vielleicht. Ja, ja, du, du und schlecht fühlen. Ich habe nichts getan. Und weg. Ups! Alter, okay, mein Auto ist leicht demoliert. Möchte ich nur mal kurz sagen. Was treibst du denn, Jack? Ich habe hier gerade... Also... Ich lege mich hier mit den Viechern an, die dich angreifen. Ja, hallo? Die mich angreifen? Ich bin... Ja. Überhaupt nicht bei dir. Hier unten in dem Kanal, du Vollpfosten. Ja, und du weißt schon, dass ich gerade nicht bei dir bin, ne? Ja, weil du da rumrennst. Aber ich bin da gerade drüber gefahren über das Viech, was ich da gerade angreifen. Ich war eben oben und habe erstmal Gegner. Ja, und das Viech hat von unten auf dich geschossen. Eliminiert. Das Viech hat gerade von unten auf dich drauf geschossen und lässt dich nicht überfahren. So, jetzt hast du gekillt. Wenn der mich erstmal Vollpfosten... Ja, klar, hör mal. So. Der Jack ist heute wieder besonders gut drauf. Nee, dann würde ich anders reden. Das würde sich anders anhören. So. Oh, scheiße, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mein Auto ist kaputt gegangen. Das hast du aber verdient. Oh, oh. Oh Gott. Ich bin der Nächste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, ha, ha. Ich glaube, ich sollte... Ja, Level 27. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, würde ich mal sagen. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ja, Jack. Jetzt bin ich tot. Also, das war schon... Das war schon echt sicher. Also, du kannst mich gerne mal wiederbeleben, wenn du willst. Äh, ich glaube nicht, dass ich dahin kommen möchte. Doch, du kommst dahin. Hier trifft er dich nicht. Wenn du hier richtig bist, dann trifft er dich nicht. Der Rakete... Das Ding hat dich gerade platt gemacht. Da trifft er dich nicht. Soll ich dir was sagen? Das sind Lenkraketen, Johan. Du bist echt ein Profi. Weißt du das? Das sind Lenkraketen. Komm mal hierhin. Dann nennt er mich Vollpfosten und ist selber... Oh, du bist echt ein Profi. Das sind Lenkraketen. Komm mal hierhin. In der Ecke trifft er dich nicht. Wie oft denn noch? Oh Gott. Das sind Lenkra... Ach, deswegen bist du gerade gestorben. Der trifft dich nicht. Ja, weil ich rausgeguckt habe, um ihn zu treffen. In der Ecke trifft er dich nicht. Wohl kaum. Wie so ein altes Ehepaar. Das gibt es echt nicht. Die Raketen sind um die Ecke geflogen. Die haben dich platt gemacht gerade. Ich habe es genau gesehen. Wenn du hier stehst... Ach ja. Und ich habe es doppelt genau gesehen. Oh Gott. So. Funktioniert auf jeden Fall gut. So, wo müssen wir hin eigentlich? Tja, jetzt kannst du aber mal vorgehen gerne. Ich renne ja schon. Ja, nett. Ein Schuss und ich bin down. Das sieht gut aus. Oh Gott. Hm. Das hat wehgetan. Ja gut, ich glaube, das sollten wir mal lieber noch lassen. Das ist noch nicht ganz so ideal. Oh mein Gott. Wir sollten eine andere Mission vorziehen. Ja gut. Level 27 ist jetzt nicht ganz so nett. Und ich verziehe mich mal. Ach man. Was sollten wir hier mal machen? Tja, du könntest mich jetzt wiederbeleben. Oder du kannst es auch lassen. Ich lasse es. Okay, dann machen wir das nächste Fragment. Der Jack ist heute echt einfach... Äh, was? Wie hätte ich jetzt zu dir kommen sollen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich klem mir irgendwo fest. Hauptsache erst mal im Stich gelassen. Tja, das ist mir jetzt... Das ist mir jetzt egal. Okay, ich würde sagen... Auf zum nächsten Punkt. Nächsten Ort. Boah, meine Nase juckt. So. Okay, wir müssen wieder irgendeinen töten und ein Kammerschlüsselfragment finden. Also ist jetzt eine Hauptmission dann, glaube ich. Davon kann man ausgehen. Diese komischen Viecher hier. Ja, was? Das ist... Die sind einfach so... Weißt du, wie so fliegen. Auf der Autobahn. Auf der Mitschutzscheibe. So. Die leben gefährlich. Ja, und nicht lange, würde ich mal behaupten. Aus reiner Erfahrung. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt gerade hin? Ich habe nämlich keine Ahnung. Das ist auch wieder da hinten in der Ecke. Das gibt es doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen... Ups, bist du tot? Stärker werden? So nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht nochmal das Gebiet zurückgehen. Sollen vielleicht erstmal andere Missionen... Wir sollten vielleicht nochmal zu der Stadt fahren und da ein paar Missionen machen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Die Frage ist, welches Gebiet ist das jetzt? War das hier? Moment. Naja, wir müssen noch ein Ding weiter, glaube ich, dann fahren. Was kommen zu West? Ich glaube, ich weiß, wo das ist, ohne auf die Karte zu gucken. Die Leute können es glauben oder nicht. Wir werden es sehen. Also, ich glaube schon mal nicht. Aber wir werden es sehen. Also, normalerweise finde ich immer... Wege finde ich eigentlich immer recht gut im Vergleich zu anderen Dingen. Im Vergleich zu mir? Das ist wohl wahr. Ich sagte gerade Dinge. Also, Wege kann ich mir merken. Andere Sachen eher weniger. Ja, ja. Aber trotzdem. Meine Aussage trifft auch zu. Ja, vielleicht. So. Na, komm, egal. Fahren wir weiter? Ja. Das kommt mir auch sehr... Hat hier irgendwer keine Jobs für uns? Merkwürdig vor. Hey. Guck, guck, mein Freund. Ups. Sorry. War nur Absicht. New Haven. So, guck mal, New Haven. Siehste, siehste, siehste. Und ich habe nicht auf die Karte geguckt. Ja, ich wusste ja nicht mehr, wo du hin willst. In die Stadt. Es gibt hier nur eine Stadt. Zumindest eine, die sich Stadt nennen kann. Ja, gut. Wenn du das sagst, dann... Glaub ich zumindest. Gucken wir mal. Passen wir hier durch? Nee, ne? Nee. Okay, gut. Ja, nein. Aber diese unsichtbaren Wände, ich hasse sie. Na. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ja, dieses kleine Winstlingscamp, da das einem immer auf den Nerv geht. So, hier, New Haven. Okay. Ja, dann steigen wir mal aus und reden mit den Leuten hier. Ja, mit Scooter würde ich sagen, oder? Gro, geht mir nämlich gerade auf Nerv, diese Nachricht immer. Okay. Ja, gut. So, hier. Ein Rohr geöffnet. Ich habe anscheinend so einige Dinge zu tun. Ja, lass uns zuerst mal Scooter erledigen, also hier abarbeiten. Dann gucken wir mal weiter. Ist das wieder außerhalb? Ja, ist es wieder außerhalb des Gebiets. Okay. Claptrap redet mich gerade dezent voll. Suche noch ganz kurz. Ja, das war mir auch so. Das schwarze Brett, dann nehmen wir die auch nochmal alle an kurz. Dann werden wir zwar eine Menge in der Liste haben, aber scheißegal. Ja, minimal. Der Herr hat sehr viel zu erzählen. Wenn wir irgendwo vorbeikommen, was interessant ist, werden wir es machen müssen. Ja, wenn du das sagst, dann meinetwegen. Ja, also es kommt der Claptrap gleich wieder in zwei Minuten an und sagt, hallo, in New Heaven, die neue Mission am schwarzen Brett verfügbar. So, springe herein, wir fahren. Das war wirklich eine perfekte Imitation, muss ich schon sagen. Von was? Von Claptrap. Achso, ja, auf jeden Fall. So. Boah, der kommt ja schon wieder. Was macht diese Scheißkarre? Was ist was? Ich würde sagen, das wäre unkonventionell eingeparkt. Wow. Mensch, Frau war hier. Ja, ich wollte es eben sagen, also mit der würde ich mich jetzt nicht anlegen, ne? Keine gute Idee, würde ich auch mal behaupten. So, steige hier ein. Diese komischen Schnecken hier. Moment, Moment, Moment. Uah, Alter. Danke. Mir reicht's. Ich jag's in die Luft. So, ich glaube, wir müssen durch diesen Tunnel. Gewalt ist nicht immer eine Lösung, Jack. Gewalt ist die beste Lösung. Außer hier. Also Gewalt ist immer eine Lösung. Drei, zwei, eins. Vielleicht keine Option, aber eine Lösung. Wie oft wir hier einfach schon das Gebiet alleine in dieser Episode gewechselt haben. Immerhin stürzt es diesmal nicht mehr ab. Ja, also, also, psst. Da, da, da würde ich jetzt aber nichts sagen. Warte mal, ich glaube, wir haben das falsche Gebiet jetzt auch gerade gewechselt. Ja, ach man. Ein, nicht aussteigen. Ich wollte gar nicht aussteigen, übrigens, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ähm. Tja. So viel dazu. Ja, wir müssen wieder zurück. Das ist sehr schön. Einmal falsch links abgebogen. Und normalerweise bin ich immer verpeilt. Wisst ihr? Es ist wunderschön. Ach, der Arme. Es ist doch auch. Klepp, klepp. Ach. Weiß ja nicht mal, also, welche Mission wollen wir jetzt erledigen? Äh, achso. Scooter töten. Achso, nee, was? Scooter töten? Nee, Scooter wollen wir nicht töten. Nicht? Ja, leider nicht. Ist mir egal. Komm, Leben tot. Sorry, Kristalle. Steckte Tagebuch. Warte mal ganz kurz. 50 Sorry, Kristalle gibt es hier in der Umgebung. Wollte ich mal angemerkt haben. Eigentlich wollte ich eine andere Mission machen. Ach, Mann. So, die hier wollte ich eigentlich machen. So, warte mal. Rohr öffnen? Ah, da müssen wir... Müssen wir... Wo müssen wir jetzt? Rohr öffnen, genau. Zu den Rohren, Jack. Ja, das ist gut. Das habe ich mir beinahe gedacht. Wenn wir sie öffnen wollen, müssen wir zu den Rohren. Das ist doch eindeutig. Ja, da werden wir wieder. Na schön. Da geht es wieder zu den Rust Commons. Müssen wir da hin? Genau, ich glaube, da müssen wir auch hin. Ja. Zumindest leitet uns das Navi dort diesmal hin. Ach, ist das schön. So, erstmal ein paar Runden Autofahren hier. Wie oft waren wir jetzt schon in diesem Ladebildschirm? In diesem zweimal. In den anderen vielleicht ein bisschen öfter. Tja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich fahre einfach nach Gefühl. Na, da sehen wir mal, ob das was wird. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wo wir jetzt gleich noch hin müssen. Ich weiß noch nicht, welche richtig. Entweder müssen wir jetzt hier hochfahren. Ja. Könnte hinkommen. Anne, wir müssen ein Stück zurück. Alter. Hm. Roadkill vom Flugvieh ist auch mal was Neues. Der Wagen sieht sich gut aus. So, hier sind wir richtig übrigens. Raus aus dem Auto. Schön. Warte mal, lass mich den mal kurz machen. Wie war das mit, lass mich den mal kurz machen? Ich habe aufgehört, aber es war zu spät. Super, ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Ich lebe. Ich nicht. Weil mir irgendjemand den Kill geklaut hat. Tja, wer das wohl war. Muss ein Idiot gewesen sein, würde ich mal behaupten. Echter Volldepp. Ja, so ein wahrer. Wer hier stirbt, ist aber auch echt ein Idiot. Oh mein Gott. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ein Held. Oh mein Gott. Hat sich hier geopfert. So, ähm. Ich bin ja gerade in einer sehr ungünstigen Position. Ja, das soll passieren, wenn man andere den Kill klaut. Nein. Warte, ich komme ja schon. Irgendwie. Oh Gott. Vielleicht erst, wenn du tot bist, aber ich komme. Ich habe etwas Angst. Ich meine, wenn der Wagen noch ganz wäre, dann... Welcher Wagen? Dieser Wagen? Moment. Danke. Ha. Ach so. Ah ne, du lebst noch. Okay. Oh, oh, du lebst ja noch. Oh, oh. Das ist ja tragisch. Ich dachte, er hätte ich umgenatzt. So, ähm. Ah, das wollte ich gar nicht machen. Ups, Moment. Du schnappst ja auch immer den pinken Wagen. Du bist echt in deiner Rolle. Ja, auf jeden Fall. Jetzt musst du nur noch anfangen zu kochen. Ne, nee, wohl kaum. Ach, war der witzig. Ach Gott, war der lustig. Meine Güte. Jetzt hast du mich alle. Gut. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist der Hate groß. So. Ach ja. Schön. Wie kannst du nur? Naja. Ne, ich muss gerade lachen, weil ich letztens, äh, von Gronkh, das, äh, den Livestream zu, äh, Deponia Doomsday gesehen habe. Ach ja, ach ja. Ich weiß nicht, hast du da auch einen Teil von gesehen, oder? Ja, aber, aber, ja. Äh, die Stelle mit der Lotti? Ne. Schade. Das, das, das wäre jetzt auch etwas, äh, sehr merkwürdig hier in diesem Let's Play. Nein, äh, da gab's, ähm. Ja, ja, aber. Kann ich mal ganz kurz erzählen, es passt einfach gerade zum Thema. Ne, nein, 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 nee. Äh, in. Ja. Ja, ja, aber, oh Mann, du, du darfst nicht die guten Stellen verraten. Das war, das war, das war eine der besten Stellen. Das ist. Ja, aber, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und jetzt. Jetzt, jetzt, äh, jetzt, äh. Okay, gut, dann reicht's ja. Okay. Ich will mal ja nicht zu viel spoilern, ich glaube, ich werde das Spiel auch demnächst nochmal spielen. Ich finde es gut, wie Jack die, die Themen wechselt, das finde ich wunderbar. Was, welche Themen? Ja, ich weiß, ne, ich, äh. Welche, welche Themen? Ich hatte vor der Deponia demnächst auch nochmal zu spielen, aber wahrscheinlich dann als Livestream. Das ist auch ein super Spiel. Und jetzt, und jetzt macht er doch schamlose Eigenwerbung. Ähm, hallo, ich nehme mich selber auf, wo ist das Eigenwerbung? Ist, ist er gut. Wo ist das Eigenwerbung? Das, es läuft auch bei mir. Oh Gott, ich sterbe. Demnächst, vielleicht. Ich sterbe. Drei Teile, und ich werde den dritten Teil verlosen, kann ich schon mal sagen, ja. Ich hab nämlich komischerweise noch einen Steam Key dazu gefunden. Es, es, es war eher auf Borderlands bezogen, dass es, dass es bald läuft, aber ja. Ja, das auch. Borderlands wird auf bald. Ne, aber, ähm. Ach Jack, du bist echt gut. Du hast es übersehen. Nein, ähm. Ich, äh. Ne, ich hab tatsächlich noch einen Steam Key zu Deponia 3 gefunden. Ich weiß zwar auch nicht, warum, aber irgendwie. Schaltet jetzt bei Jack ein und gewinnt. Oh Gott. Ich hab mir ja, ich hab mal ein paar Sachen geschnappt. Ich überleg noch demnächst, eventuell, wenn ich das als Live-Let's-Play mach, den einfach mal in den Chat dann zu schreiben. Wer halt zuguckt, der kriegt's, wer nicht, der hat Pech. Tja, Leute, da habt ihr's gehört. So. Da bin ich gleich selbst dabei. Ja, es kann sein, dass es eventuell, dass es schon dann vorbei ist. Ich muss mal gucken, wie das läuft. Weil ich hatte eventuell vor, wird eventuell Hardcore ein, alter, schon wieder so scheiß Wegfiecher, ein Teil pro Woche zu spielen. Einmal mal gucken. So. Was wollten wir eigentlich jetzt nochmal, ach, wir wollten die Rohre öffnen. Genau, wir wollten die Rohre öffnen. Der Jack hat mich jetzt gerade total abgelenkt, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Kann ich gut. So, wo sind die Rohre überhaupt? Ich hab vielleicht keine Ahnung. Wir haben echt viel geschafft. Ich glaube, das war die unproduktivste Folge überhaupt. Nein, wir waren vollproduktiv. Alter, wir sind in den Ladebildschirmen gewesen. Das ist vollproduktiv gewesen. Oh mein Gott. Die Viecher hauen immer wieder ab. Dann kommen die wieder. Ich geh jetzt zu den Rohren. Gute Idee. Wo sind die Rohre? Ja, aber, ja, frag ich mich gerade auch. Die sind doch nicht hier, oder? Ja, ich mich auch. Das müsste hier sein. Ach, da oben. Ja, deswegen. Da oben. Oh Mann. Müsst du die freischießen oder so? Wir machen... Ja, wir müssen die freischießen. Ach nee. Schieß du mal auf das andere Rohr. Und, fertig. Super, meine Schrotze machst du auf die Distanz einfach mal gar nichts. Okay, alles. So, und die nächsten. Ah ne, wir haben beide Rohre. Okay, gut, dann können wir die schon mal... Jetzt fragt man sich natürlich nur, was aus diesen Rohren fließt. Also, ich würde es auf Scheiße tippen, aber ich weiß auch nicht warum. Ach, das ist aber schön. Moment, fahren wollte ich gar nicht. So, in welchem Gebiet sind wir hier eigentlich gerade? Ach so, die Mission heißt übrigens auch, bis zu den Ohren. Ich glaube, die Scheiße ist da schon sehr passend. Naheliegend. Na schön. Ach ja. In welchem Gebiet sind wir hier eigentlich gerade? Immer die schönen Fäkalien. Sind wir gerade in Rust Cummins? Nein, vielleicht. Vordere Stoßstange. Wir können... Ach so, hast du die Mission gerade ausgewählt? Ja, die habe ich gerade ausgewählt. Die passt nämlich eigentlich. Ja, fahr mal irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin total durch den Wind gerade. Ich auch. Nein, irgendwie nicht, aber egal. Jack, du hast mich echt total abgelenkt gerade. Das war... Ich kann nicht gut. Ich bin total durch. Kann nicht gut. Naja, egal. Okay, wo müssen wir hinfahren? Ich habe keinen Plan. Ich weiß auch gar nicht... Ach so, wir müssen hier rein. Okay. Ob das jetzt so schlau war? Ja, ja. Das war hundertprozentig schlau. Hm. Ich habe da gerade schon wieder ein Scharfstützenvisier gesehen. Von daher... Alter, ich kriege hier nur so eine Säuredusche von der Seite mit. Wo kam das her? Mutierter Mini-Psychopath. Hm, einer spielt bei mir gerade. Oh. So. Das ist aber lieb. So. Komm, lad nach. So. Ähm. Ähm. Ach, da oben. Ich glaube, wir müssen irgendwie diese Karosserie da oben kriegen. Das ist das Netteste, was ich heute gehört habe. Wollte ich mal anmerken. Da habe ich eine Mini-Psychopathin gespielt. Oder, äh, welches meinst du? Ja. Na gut, das, äh... War ja auch ein Kompliment. So. Naja, im Gegensatz, was ich sonst so gehört habe, ja. Schön. Einfach nur schön heute. Ich habe hier eine vordere Stoßstange während ich angesch... Was ist denn jetzt los? Hallo? Also, ich werde hier gerade einfach so, ähm... Ach, da oben. Ja, da habe ich so das Gefühl, das wird noch übel werden. So. Wir sind irgendwie schon fast am Folgenende wieder. Und wir haben sehr viel geschafft gerade. Naja, immerhin. Na, toll. Bist du gut draufgegangen? Ja, da oben ist nämlich ein Geschütz. Next Level! Oh, da ist ein Geschütz. Scheiße, okay, gut. Ich, äh... Werde mich mal kurz rumkümmern. Du kannst mich auch wiederbeleben, aber... Hey, ich will ja nicht zu viel verlangen. Ich werde beschossen, aber egal. Du kannst mich mal ja wiederbeleben. Am besten selbst raufgehen, weil 10.000 Leute um mich rumstehen, aber... Kannst mich ja mal wiederbeleben. Ja, hallo? Mein Leben hat Priorität hier. Wow. Alter, die Priorität bei mir liegt darin, so viele Gegner wie möglich umzulatzen. Hatten wir hier zufällig einen Speicherpunkt? Ja, irgendwo schon. Ich nehm mal stark an. Weil ich... Was ist denn los? Ja, da bist du. Okay, ich bin richtig. Ist das Geschütz immer noch intakt? Nein, das hab ich dann schon weggemacht. Aber es könnte sein, dass es ein zweites ist. Ja, ich bin ein Tollsteck. So lezent. Hallo, es kam da so ein gewisser Herr an, der meinte, du kannst mich ja mal wiederbeleben. Den kenn ich nicht. Das ist aber nicht nett. So. Was der eine Bandit eben gesagt hat. Zu dir. Oder zu deiner Mutter, ehrlich gesagt. Ja, also Mensch. Die kriegen eh alle ne Kugel im Kopf. Von daher, ich hänge irgendwie fest. Das ist sehr nett. Nein, jetzt konzentriert sie das auf mich. Ich finde es echt gerade wunderschön. Wow, okay. Okay, okay. Alles gut. Ich hab einen Spot gefunden, wo das nicht hinschießen kann, aber man draufschießen kann. So, das war's. Ich eliminiere gerade mal den hier. Ja, warte, ich hol mir noch so einen hier. Der irgendwie hinter dir stand, hinter dir auf dich geschossen hat. Ach. So. Ach, gerade noch so gerettet, Jack. Gerade noch so. So. Waren das alle oder sind hier noch mehr Freunde, die eine Kugel möchten? Ich frage mich. Hier liegen Autoteile rum. Es sieht erstaunlich ruhig aus. Ja, es ist, glaube ich, jetzt auch ruhig. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Munition. Ich hab so ein bisschen was verballert gerade und zwar unnötig. Ach, 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 ja. Hey. Ja, was ist das? Hallo? Im Eifer des Gefechts? Da ist halt schon mal der Freund der Feind. So. Also, also ich. Genau. Komm, den lass ich sterben. Der ist doch, der ist doch egal. Genau. Nein, Spaß. So. Ja, Frage ist, wo sind die restlichen? Ach, ich weiß noch, wo Teile sind. Ja, dann hol mal. Wir können die Folge übrigens gleich beenden. Ich weiß. Wir wollen ja heute die Folgen... Nein. Verdammt, okay. Ich hab's nicht geschafft, darüber zu springen. Wir sollten vielleicht kurz die Teile einsammeln. Dann sollten wir die Folge tatsächlich beenden. Ja, ich folge dem auch. Wir haben einen engen Zeitplan. In gewisser Art und Weise. Ja, deswegen wollen wir heute einfach mal die Folgen pünktlich beenden. Möglichst. Wird eh nichts. Möglichst pünktlich, ja. Aber... Oh, neue Waffen. So ist das eben. Hier kann ich aber nicht hoch. Taugen die was? Taugen die was? Oder sind sie Schrott? Top oder Flop? Das ist die Frage. Ich würde mal sagen... Nein. Komm ich irgendwie hier nach oben? So, ich hab noch ein Teil gesichtet. Ich hab hier noch ein Teil gefunden. Was ist das hier? Ja, dann brauchen wir nur noch eins. Hier ist Geld. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Liegt so ganz dezent hinter der Wand. So, okay. Eins fehlt noch. Du sagst es gerade, du hast da noch was. Hab ich schon eingesammelt. Achso, gut. Ein Teil fehlt noch. Dann fehlt da immer noch eins. Ah, nee. Das war ein anderes Grün. Hm. Wo könnte das jetzt sein, ist die Frage? Ich hab das schon schon dran vorbeigelaufen, aber ich weiß es nicht. Ja, es wird auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe sein, da bin ich mir sicher. Achso. Ja, warte, ich folge mal kurz der Karte. Vielleicht führt das ja dahin. Irgendwo auf den Dächern hier noch? Ich hab's gefunden. Ah, super. So. Sehr gut. Sag ja, es lag direkt vor einem. So, ich glaub, dann haben wir alle Teile. Okay, dann würde ich sagen, haben wir zumindest, naja, ich glaube zwei Missionen. Zwei Nebenmissionen haben wir jetzt erledigt. Also geht das ja noch. Und in der nächsten Episode liefern wir das Ganze ab und kümmern uns um die nächste Mission. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi. Ciao. Ciao.